Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Heute wieder mit einem kleinen Rätsel. Ich bin sehr gespannt, ob ihr es rauskriegt. Pausiert mal. Die Einsen und die Sieben sind fallen. Das haben wir nur so eingebaut, um euch ein bisschen zu verwirren. Wie man aufs richtige Ergebnis kommt, ist, man rechnet erstmal die erste Zahl minus die zweite Zahl. Das heißt, 12 minus 5 sehen wir, sind 7, schreiben wir hin und dann rechnen wir 12 plus 5 sind 17, schreiben wir dahinter. Bei der nächsten Zahl ist es genauso. 9 minus 2 sind 7, 9 plus 2 sind 11, also 7 schreiben wir hin und dann 1, 1. Beim nächsten genauso, beim letzten wäre es halt 10 minus 6 wären 4 und dann 10 plus 6 sind 16, also 416. So sieht es aus. Das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Rätsel. Ciao.